Sie möchten einen Befestigungspunkt an Ihrer Hauswand mit zwei Komponentenkleber anbringen? In diesem Video wollen wir Ihnen sieben einfache Tipps zeigen, die Ihnen bei der Montage sehr gut weiterhelfen werden. Ausführliche Anleitungen zu Montagevideos stellen wir für unsere Shop-Kunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Tipp 1 Aushärtung. Je wärmer die Außentemperatur ist, desto schneller härtet der Kleber aus. Bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius liegt die Verarbeitungszeit nur noch bei maximal zwei Minuten. Tendenz fallend. Beachten Sie unbedingt die angegebenen Verarbeitungszeiten des Injektionsklebers in unserem Shop und auf der Kartusche selbst. Wenn Sie in mehreren Bohrungen Gewindestangen befestigen möchten, planen Sie jeden Schritt und bereiten Sie alles so vor, dass Sie alle Bohrungen zügig hintereinander verfüllen und die Gewindestangen einsetzen können. Sie vermeiden somit auch, dass der Kleber schon im Mischer und gegebenenfalls in der Mischerverlängerung vorzeitig aushärtet und diese verstopfen. Sollte dies dennoch passieren, wechseln Sie einfach Mischer und Verlängerung aus. Der verbleibende Kleber in der Kartusche ist sehr viel länger verwendbar, da hier die zwei Komponenten nach wie vor getrennt sind. Tipp 2 Temperatur. Optimieren Sie die Verarbeitungsdauer an sehr heißen Tagen, indem Sie, wenn möglich, die Montage auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden legen und die extreme Mittagshitze vermeiden. Außerdem können Sie die Kartusche vor der Verarbeitung zum Beispiel im Kühlschrank etwas abkühlen. Aber Vorsicht, die Kartuschentemperatur sollte bei der Verarbeitung nicht unter 15 Grad Celsius liegen. Tipp 3 Gründliche Säuberung. Nutzen Sie, nachdem Sie ein Loch in Ihrer Hauswand gebohrt haben, eine Stahlbürste zum Anrauen. Damit Ihr Injektionskleber im Anschluss optimal haften kann, muss das Bohrloch außerdem mehrfach gründlich ausgesaugt werden. Unser Tipp, nehmen Sie im Anschluss an das Bohren den Stabmischer Ihres Zwei-Komponenten-Klebers als Verlängerung des Staubsaugers, um weit ins Bohrloch zu kommen. Einfach Wirbel raus, als Aufsatz nutzen und am Ende den Wirbel wieder einstecken. Befreien Sie aber vorher den Stabmischer vom Staub. Alternativ zum Staubsauger können Sie auch einen Ausbläser oder zum Beispiel eine Pumpe nutzen, um die Reste des Bohrmehls zu entfernen. Tipp 4 Siebhülsen. Wenn Sie Ihren Befestigungspunkt an einer Hauswand mit Hohlkammerstein oder Hochlochziegeln anbringen möchten, nutzen Sie unbedingt Siebhülsen. Durch diese verteilt sich der Zwei-Komponenten-Kleber nicht in den Löchern des Lochsteins. Somit sparen Sie Zeit und eine Menge Kleber. Außerdem ist es eine Empfehlung, die Gewindestange einzudrehen, so dass sich der Kleber bestmöglich am Gewinde verteilt und möglichst viel Halt gegeben ist. Tipp 5 Kartuschenpistole. Achten Sie bei Ihrem Injektionskleber darauf, dass dieser mit einer handelsüblichen Kartuschenpistole eingesetzt werden kann. So sparen Sie sich die zusätzliche Anschaffung einer Kartuschenpresse, die ausschließlich für eine einzige Marke geeignet ist. Aber Vorsicht! Im Gegensatz zu einer preiswerten Silikon-Kartuschenpistole muss hier ein deutlich größerer Druck aufgebracht werden, um die beiden Komponenten aus der Kartusche zu pressen. Achten Sie also auf jeden Fall auf eine ausreichende Qualität der Kartuschenpistole. Tipp 6 Zweischaliges Mauerwerk. Bei zweischaligem Mauerwerk, bei dem aufgrund der Dämmschicht Distanzen von über 30 cm überbrückt werden müssen, nutzen Sie zusätzlich zum Stabmischer eine Verlängerung, um in das hintere Mauerwerk zu kommen. Wir senden eine Verlängerung bei dieser Variante immer mit, so dass Sie problemlos auch bei dieser Gegebenheit montieren können. Tipp 7 Füllung des Bohrlochs. Testen Sie zunächst die Länge des Bohrlochs vorab mit Ihrer Gewindestange. Auch dies kann wichtige Zeit bei der Montage sparen. Spritzen Sie im Anschluss den zwei Komponentenkleber in das Bohrloch. Aber Achtung, die ersten zehn Zentimeter des Injektionsmörtels können nicht verwendet werden. Diese härten nicht aus. Drücken Sie so viel Kleber heraus, zum Beispiel auf ein Zeitungspapier, bis sich die Farbe des Klebers verändert. Das Bohrloch sollte nur zu ungefähr drei Vierteln ausgefüllt sein. Es muss schließlich noch genügend Platz für die Gewindestangen bleiben und der überschüssige Mörtel sollte nicht beim Einführen der Stange herausquellen. Wenn Sie diese Tipps beherzigen, sind Injektionskleber toll zu verarbeiten. Sie sind extrem tragfähig und je nach Marke mit vielen CE-Zulassungen und in fast allen Mauerwerken sicher einsetzbar. Vor allem bei hohen punktuellen Zug- und Querlasten, die bei Sonnensegelbefestigung für große Sonnensegel auftreten können, ist ein Zwei-Komponenten-Profi-Kleber vorzüglich einsetzbar. Wenn Ihnen dieses Video weitergeholfen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Daumen nach oben. Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die hier bei YouTube direkt unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören.